Nachdem das BSW gestern ausgeschlossen hat, mit der AfD Anträge zu beraten, nachdem das BSW sogar ausgeschlossen hat, mit der AfD überhaupt zu reden und jede mögliche Form der Koalition, der Zusammenarbeit ausgeschlossen hat, fordert nun der BSW-Spitzenkandidat in Brandenburg ein AfD-Verbot. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Diese Partei stellt sich als demokratische Alternative und so weiter hin. Sie sind was ganz Neues, ja. Ganz anders wie die SPD. Ganz anders wie die Union. Und ja, jetzt fordern sie ein AfD-Verbot. Das ist sogar noch so, wie die Hardliner es teilweise in der CDU ein Marco Wanderwitz fordern. Also ich meine, was ist das für eine Alternative? Die machen alles mit, tun sich vielleicht im Wahlkampf anders positionieren nach der Wahl. Sie sind nur der Steigbügel halt, der CDU, der SPD, der Linken, die Regierung machen. Mehr sind sie nicht. Also da kann man vor allem den Unmut der Bürger auch richtig verstehen.